Hallo, herzlich willkommen bei den Dice Brothers, dem YouTube-Channel von Blogspiele.de. Heute wieder mit dem Yogi und mit dem zweiten Teil der Freizeitpack-Reihe. Hi zusammen, schön, dass ihr dabei seid, wenn ich heute wieder ein kleines vorgestellt Spezial mache. Und zwar habe ich beim letzten Mal ja angekündigt, dass wir jetzt hier die oder besser alle, die mir bekannten, Freizeitpark-Brettspiele vorstelle. Und beim letzten Mal habe ich ja den Anfang mit Fabelland gemacht. Und dieses Mal kommen wir zu einem Freizeitpark-Spiel, was ich tatsächlich ge-crowdfundet habe damals. Deswegen liegt es mir auch ein bisschen am Herzen. Ich sage euch gleich warum. Und ja, ihr habt es im Thumbia sowieso schon gesehen. Die Rede ist von Wishland. Und das habe ich damals sehr getriggert, weil ich finde dieses Cover auch. Unglaublich cool, muss ich wirklich mal sagen. Und da bauen wir uns tatsächlich auch einen Freizeitpark zusammen. Und warum hängt mein Herz jetzt dran? Jetzt sehe ich schon wieder, ich habe die irgendwie falsch drin. Weil alle Bäcker hier in diesem Deckel stehen und ich da natürlich auch stehe. Jetzt ein kleiner Fun-Fact. Witzig, der Michael, unser Chefreakteur hier bei Blockspiele, der hat das Spiel nämlich auch unterstützt. Und wir stehen genau hintereinander. Das weiß ich wie viele Namen. Unsere Nachnamen sind alphabetisch auch überhaupt nicht beieinander. Aber wir stehen einfach direkt hintereinander in dieser Schachtel. Richtig geil. Habe mich natürlich super gefreut irgendwie. Also Wishland ge-crowdfundet ist ein Spiel, ich mache mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten, für ein bis vier Spieler ab 14 Jahren soll, was steht da, 75 Minuten dauern. Autor ist Carlos Michan. Michan? Ich weiß nicht genau. Ne? Ähm. Artworks hier Fran Fdes und Philipp Ach bei Lost Games erschienen. Ich meine, die hatten später nochmal eine Kampagne dazu. Ob das nochmal ein Reboot, also nochmal eine Neuauflage war, das weiß ich ehrlich. Ich weiß gar nicht. Habe mich tatsächlich gar nicht so viel interessiert, weil, ähm, ich spiele schon ab, das ist einfach die simple Erklärung. Und, ähm, ja, was ist Wishland? Worum geht es? Ja, natürlich, es geht um einen Freizeitpark. Und wir bauen uns, ja, einen Freizeitpark auf, über eine gewisse Anzahl Runden. Dafür brauchen wir erstmal diesen äh, kunterbunten Spielplan hier. Den zeige ich euch jetzt hier mal. Ähm, kann man den, äh, gut sehen? Ne, wahrscheinlich nicht. So. Ähm, ja, das ist natürlich ohne Zeitgeld ein bisschen doof. Aber das ist der Spielplan. Wir sehen hier auf dieser Seite eine Marktauslage. Da kommen gleich, äh, würden dann gleich Kartenstapeling kommen und hier wird so eine Auslage passieren von einzelnen Karten. Was da gleich drauf ist, sag ich euch gleich. Auf dieser Seite hier, ähm, sehen wir, äh, weitere Felder. Da sehen wir nämlich hier, äh, es wird, äh, das ganze Spiel wird über sieben Runden A4-Züge gespielt. Ja, danach ist schon Schluss. Hier wäre die Spielereinfolge, ja, also wann wer dran ist. Hier sind so spezielle Ziele, die man erreichen kann im Laufe des Spiels. Also es ist quasi, wer das zuerst macht, der kriegt halt den Marker. So ein bisschen, ja. Hier ist die Glücksleiste. Also das heißt, wenn wir Glück, ähm, äh, produzieren, also Emotionen quasi, dann wandern wir hier rauf und das gibt dann auch Belohnungen, vor allen Dingen auch im Spielende. Man sollte schon am Ende da ankommen. Dann gibt es hier noch verkaufte Tickets, ja. Also das ist hier quasi die, ähm, die Gäste in unserem Park, ja. Die Leiste wollen wir natürlich auch nach oben bekommen. Gibt es auch in der Sieg, in der Entwertung Siegpunkte. Und die normale Siegpunktleiste. Dann haben wir hier noch, hier unten, noch eine Bonusleiste, wenn wir Maskottchen einsetzen. Das ist quasi unsere Arbeiterreserve. Die sind nachher voll mit Arbeitern, die wir uns verdienen können, zusätzlich verdienen können im Laufe des Spiels. Und das ist Werbefeld. Da können wir reingehen und Werbung für unseren Park machen und dann kriegen wir sofort ein bisschen Geld und können auch ein bisschen Glück, Glück produzieren, ja. Ähm, genau. Ähm, das dazu, das habe ich euch jetzt schon mal so ein bisschen gezeigt. Ihr seht schon, Einsatzfelder, genau. Das ist richtig. Jeder von uns startet hier, mhm, mit so coolen Miepeln seiner Farbe. Da grün meine Lieblingsfarbe ist, zeige ich euch jetzt die grünen. Das ist hier so ein Teddybär. Ist das geil? Ja. Also ich habe jetzt noch der Teddybären. Es gibt hier auch so Milchshakes als Figuren. Dann hier so, 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 so. Die sehen so ein bisschen traurig aus irgendwie. Ich weiß nicht. Und in Rot gibt es hier irgendwie auch so ein Vieh. Ich zeige euch jetzt mal Tüten. Die anderen Spielmarker sind übrigens auch ganz cool. Der Glücksmarker ist tatsächlich auch so ein Smiley, ja. Der zu, der, der, dann gibt es hier noch diese Koffer. Die sind dann hier für die verkauften Tickets. Okay, da verstehe ich nicht ganz. Soll die hier einziehen oder? Na ja, gut. Lassen wir das. So. Also. Wie geht das jetzt? Ich habe ja gesagt, wir spielen das Ganze über sieben Runden a vier Züge. Und wenn ich dran bin, ähm, dann wird erst mal geguckt, wer wann dran sein will. So, dann muss man ähm, seinen Marker, da gibt es seinen Marker, hier auf diese Leiste setzen. So. Der erste, der kriegt gar nix. Wenn ich sage, ich will Startspieler sein, dann kriege ich keine Belohnung. Umso weiter ich nach hinten gehe, desto besser wird die Belohnung. Es ist allerdings auch nicht so ganz schlecht anzufangen. Warum? Dazu kommen wir gleich, weil, wie, weil ja ein Arbeiter-Einsatzspiel hier auch vorliegt. Könnt ihr euch schon vorstellen, wer zuerst kommt, der hat halt noch den geringsten Aufwand in so einem Feld, ne? Also, von da aus wird das erst mal als erstes gemacht. Danach gibt es Einkommen. Man kriegt halt immer so fünf flockige, äh, flockige Münzen. Ich habe gesagt, was geht es hier, da ich durch Kickstarter-Version habe. Ihr hört es vielleicht schon. Das sind halt hier so, so, so kleine Metallmünzen. Die sind in der Retail-Version tatsächlich allerdings als äh, Pappmarker drin. Was äh, auch nicht schlott. Also, eigentlich nice to have. So. Also, ich find's cool. Ich mag so, äh, die gibt's auch noch in verschiedenen, es gibt hier noch 3er und 5er Münzen. Also, es gibt schon ein paar. Schon ganz cool. Also, ich krieg's schon drauf. So, ne? Das ist das Einkommen. Das ist wichtig, weil das brauchen man später. So. Und wenn man natürlich schon irgendwie, ähm, Attraktionen vor sich liegen hat, die das Einkommen erhöhen, kriegt man natürlich mehr. Das will man natürlich. Umso mehr Geld man hat, desto mehr kann man auch kaufen. Denn kaufen müssen wir. Wir müssen unseren Park ja vergrößern. Und, ähm, das kommt dann auch in der nächsten Nummer. Denn, wenn ich jetzt dran bin, gibt es genau, ähm, zwei Aktionen, die man tun kann. Also, es gibt die S-Aktion. Ist nämlich hier quasi, da kann ich meine Worker hier platzieren. Was mach ich dann damit? Ich kann die, ähm, hier einsetzen. Also, ich hab ja gesagt, ich kann sagen, ich möchte, äh, andersrum. So. Ich kann, äh, das kann ich immer machen. Ich kann hier Werbung machen. Ich geh hier drauf und bekomm hier die angesichtete Belohnung. Geld und entweder Glück oder Koffer oder, äh, was ist das hier? Muss ich vielleicht mal schauen. Ähm, auf jeden Fall kann ich hier auf den Leisten vorangehen, ja? Da kann ich hingehen. Oder ich geh halt auf so ein Marktfeld hier. Weil ich jetzt hier zum Beispiel das kaufen möchte oder das kaufen möchte. Huch, mein Gott, ich reiß hier alles ab. Was heißt denn hier eigentlich das kaufen möchte? So, das ist nämlich jetzt der gute Punkt. Was liegt da eigentlich aus? Da können ausliegen, zum Beispiel Hotels. Das sind hier diese Karten. Ich zeig euch das mal. Ja, diese Karten. Da oben steht immer, was sie kosten. Kann man das sehen? Ja. Und da unten stehen die Belohnungen. Und es gibt hier unten noch so ein, so ein, ja, so ein, so ein, so ein Symbolfeld. Das wird an der Endwertung noch mal wichtig. Weil es ist auch ein bisschen Set Collection. Denn wenn ich viele gleiche Symbole später in meiner Sammlung habe, ist das gut. Das sind Hotels. Die kann man da kaufen. Was kann man dann noch kaufen? Man kann Attraktionen kaufen. Das sind die gelben Karten. Ja? Die sind alle gleich aufgebaut. Da oben stehen Kosten und hier stehen Belohnungen. Das sind hier meist Siegpunkte. Ja? Dann kann man dort kaufen hier so Angestellte. Kann man anstellen. Ja? Die in meinem Park rumlaufen. So, ne? Die dann hier die Attraktionen so ein bisschen bedienen und so weiter. Die kosten halt auch ein bisschen Geld. Haben auch, funktionieren alle genauso. Haben auch das Symbol da. Haben Belohnungen draufstehen. Ja? Dann, ähm, muss ich kurz gucken. Die Roten. Was sind denn die Roten? Jetzt ist ja geil. Jetzt hat mir das jetzt tatsächlich alles aufgeschrieben. Genau. Die Roten sind Restaurants. Ja, Restaurants. Ist ein Restaurants. Hier ist ein Restaurants. Ja? Die kann man auch kaufen. Ähm, die geben auch normalerweise auch sofort irgendwie Geld. Die erhöhen halt das Einkommen zum Beispiel. Ne? Die Leute wollen Essen. Gute Sachen. Dann gibt es noch Maskottchen. Die kann man auch einkaufen. Ja? Und, äh, die, äh, laufen dann in den Park rum und die, äh, erhöhen ab vor allen Dingen, gibt's dann Boni, wenn man Maskottchen kauft. Da gab's ja eben diese Leiste. Und tatsächlich hier auch, ähm, Symbole, die am Ende in der Endabrechnung wieder wichtig sind. Ja? So. Jetzt ist es so, zum Kaufen. Ich kann hier nicht beliebig viele Dinge kaufen. Und zwar gibt es hier sowas wie Kassenkarten. Das sind diese lilanen hier. Ja? Diese Kassenkarten, da steht nichts drauf. Außer, dass man lauter lustige Kasseneingänge hat. Äh, die sehen auch übrigens geil aus. Hier so, 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 die Kasseneingänge und so. Schon cool. Die Kasseneingänge geben an, wie viele verschiedene Karten oder wie viele Karten ich in meiner Auslage liegen haben darf. Hab, besitze ich eine Kassenkarte, ja? Darf ich von jeder Art eine Karte besitzen? Also, ein Restaurant, ein Angestellten, eine Attraktion. Attraktion, also, wenn ich eine zweite Kassenkarte mir besorge, ja, dann darf ich von jedem zwei haben. Attraktionen übrigens erhöhen auch den Count, sag ich mal, die Anzahl. Die sagen also auch, du darfst mehr Karten haben. Die muss man sich also gezielt holen, ne? Die sind natürlich dadurch auch interessant, ne? Und vor allen Dingen auch Dinge, die einem Kassenkarten bringen. Weil Kassenkarten kann man nämlich nicht einfach kaufen. So. Das zum einen. Ja, und das zweite ist, wie komme ich jetzt an die ganzen Sachen dran? Und zwar, das Worker-Placement-Feld ist, ich zeige euch das jetzt mal in diesem einen Feld hier, so. Wenn das hier ist und ich möchte eine Karte von kaufen, ja, dann setze ich mich, setze ich meinen Meeple dahin. Der Nächste, der jetzt auch eine Sache davon kaufen möchte, der muss schon zwei Meeple da hinsetzen, um da. Der darf dann das Feld, muss aber einen Meeple mehr Aufwand betreiben. Wenn jetzt ein dritter Spieler auch was aus dieser Reihe kaufen will, muss der schon drei Meeple da reinsetzen. Ich übrigens auch. Wenn ich sage, ich will zwei Sachen davon haben, in meiner ersten Aktion lädt es da hin, ein zweiter Spieler setzt da zwei rein, muss ich auch drei setzen, ja? Und dann wird dann natürlich eingekauft am Ende, wenn dann die ganzen Typen, ja, quasi gelegt sind. Danach werden die alle wieder eingesammelt, ja? Und dann hat man die in der nächsten Runde wieder zur Verfügung. Und das war es eigentlich schon fast. Also es ist gar nicht so viel, ja? Das sieht super bunt aus, ja? Man versucht natürlich irgendwie, ähm, natürlich hier der Erste zu sein, der hier diese, ich sag mal, diese Sonderziele hat. Also hier habt fünf blaue Karten, habt fünf grüne Karten und so weiter. Das sind ganz typische, ganz typische Ziele, die man so haben kann, ne? Die Frage ist halt, wie man sich hier stellen muss, ne? Wie komme ich schnell an Tickets, dass ich einfach mehr Attraktionen bauen kann, mehr Dinge in meinen Park bekomme? Ich muss mein Einkommen erhöhen, damit ich halt auch mehr einkaufen kann, weil die Sachen sind gar nicht so preiswert, ne? Ich sehe hier schon, ich gucke jetzt hier gerade drauf, das Hotel kostet vier, ne? Das Restaurant kostet drei, ne? Wenn ich ein normales Grundeinkommen von fünf habe, merkt man schon, ist das gar nicht so unendlich viel, ne? So, ähm, ja. Und das ist im Prinzip schon das ganze Spiel, ne? Also über die sieben Runden muss ich halt gucken, ich muss mich halt entscheiden, wann will ich dran sein, nehme ich die Belohnung, hier gibt es zum Beispiel als Fünfter eine Kassenkarte. Kann vielleicht auch mal interessant sein, zu sagen, ich bin jetzt einfach mal als Letzter dran, nehme aber diese Kassenkarte for free, damit ich jetzt einfach irgendwie mein zweites Restaurant bauen kann, um mein Einkommen zu erhöhen, zum Beispiel. Ja? Also, das ja, ähm, ich sag mal so, von der Mechanik her, erfindet das Spiel, das Rad hier nicht neu, ähm, ich finde es aber optisch sehr, sehr cool, ich mag halt auch wirklich hier diese, diese Figuren hier, ne? Diese Angestellten, zeige ich mal noch ein paar, so, den Astronauten hier, das lebt halt natürlich jetzt hier sehr, hier so von den Artworks auf den Karten, ne? Ähm, die sind schon wirklich liebevoll, ne? Ähm, die Hotels sind auch alles so thematische Hotels, so zu verschiedenen Freizeitparkmöglichkeiten, ne? Also auch so themenparkmäßig sortiert, hier auch dieses geile Schiff hier und so, schon cool. Und man muss natürlich auch überlegen, ist so ein bisschen natürlich auch Engine Building, ne? Was, was für, was für Karten will ich in meiner Auslage haben? Was bringt mir was? Was bringt mir am Ende vielleicht was? Dann muss ich natürlich diese Set Collection machen mit diesen Symbolen, dass ich gucke, dass ich möglichst viele Eiscreme habe oder sowas, damit ich am Ende Punkte sammle. Hier gibt's dann hier am Ende so eine, hier gibt's so eine Spielerhilfe. Da sieht man nochmal, welche, welche Konstellationen, welche Punkte geben und so weiter. Also da muss man dann schon ein bisschen drauf gucken, ne? Wenn denn möglich. Und natürlich, dass der eine und die andere die Sachen nicht wegkaufen, ist ja auch klar, ne? So. Also ich finde, es ist regeltechnisch nicht besonders schwer, also es ist eher so ein Kennerspiel, ne? Also ein bisschen mehr als Familienspiel ist es schon, weil man muss ja schon auf so ein paar einige Dinge achten. Es ist, ja, ich sage ja, es erfindet das Rad nicht neu, gefühlt nicht. Aber wenn man Bock auf Freizeitpark hat, das Material ist toll, ne? Diese ganzen Holzmeepel sind schön. Hier der Startspieler-Marker ist auch so ein Ticket, ne? So richtig cool. Und, ähm, ja, es ist, also ich spiele es gerne. Ich, ich, wenn, ich sage ja, mein Herzchen auch dran, wenn irgendwie auch sein Name in dieser Schachtel steht, das ist natürlich irgendwie auch was wert, gefühlt. Ähm, also wenn ihr das Spiel auch habt, ne? Könnt ihr mal gucken, ob ihr es findet. Ähm, auf jeden Fall, ich, ich fand's cool. Es war, ist auch nicht so teuer, tatsächlich. Es war auch wirklich für kleines Geld zu bekommen. Und ich finde, hier stimmt auch die Preis-Leistung, gutes Material, solides Spiel, ähm, nicht zu schwierige Regeln, also auch ein guter Einstieg, ne? Also man muss sich jetzt hier keine Sorgen machen, dass man hier so einen richtigen Expertenbrecher vor sich hat. Und, ähm, ja, jetzt weiß ich ehrlicherweise nicht, wie die Verfügbarkeit im Moment ist, ob es das überhaupt noch gibt. Ich weiß gar nicht, ob das so komplett im Retail war. Es ist auf jeden Fall mehrsprachig. Es ist hier, mir ist ja die Schachtel runtergefallen, da sieht man hier schon Anleitungen in allen Sprachen drin. Hm. Ich denke, es ist auch ein bisschen was für Fans, wenn man einfach Bock auf Freizeitparkspiele hat und einfach dieses, dieses Freizeitpark-Flair haben will, dann ist das hier schon sehr cool. Der Plan sieht ja auch geil aus auf dem Tisch. Schön bunt, schöne Miepel, optisch auf jeden Fall ein Hingucker und, äh, spielerisch solide. So. Also nicht scheiße, Entschuldigung, aber solide, ne? Und ich, 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 für mich ist eh ein Keeper, weil ich, es ist ja personalisiert ist für mich, aber grundsätzlich, ja. Habt ihr Huststätten auch schon gespielt? Schreibt mir doch mal gern was in die Kommentare, wie ihr das findet, ähm, ob das auch so eure Meinung ist, ob ihr damit auch so klarkommt, oder ihr sagt, nee, das war nix, oder, oder sagt, boah, nee, Jogi, was erzählst du da? Das ist nicht nur solide, das ist überhaupt das Freizeitparkspiel überhaupt. Es ist halt mal, ich sag mal, kein Plättchenlegen-Spiel. Weil viele Freizeitpark-Spiele, das wir immer noch sehen, haben sehr viel mit Plättchenlegen zu tun, weil man so seinen Freizeitpark quasi so ein bisschen so baut. Und hier ist es eben eher so ein bisschen mehr Engine-Building, so Workerplace mit Engine-Building-mäßig, was es schon ein bisschen unterscheidet von anderen. Und deshalb, finde ich, ist es vielleicht, ich sag mal, im Subthema Freizeitpark schon noch was Besonderes. Das kann man vielleicht sagen. Ja. Ja, also wie gesagt, dann, äh, würde ich es damit auch lassen. Also, kurz und bündig, mal vorgestellt, wenn ihr Fragen an Regen und Kritik habt, bitte schreibt es mir in die Kommentare. Habt ihr auch noch ein Freizeitparkspiel, was ihr unbedingt besprochen haben wollt, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare. Ich glaube, in Wishland hat nämlich letztlich schon einer reingeschrieben, hatte ich aber schon auf dem Schirm, deswegen ist es ja sowieso schon da. Aber gerne, schreibt es rein. Ich stelle es hier gerne vor. Wenn ich es noch nicht kenne, dann werde ich mich darum bemühen, das Spiel kennen zu lernen. Ja. Ein paar in petto habe ich natürlich noch. Und, äh, dann freue ich mich aufs nächste Mal. Wünsche euch eine gute Zeit beim Freizeitparkspielen. Es kommt ja jetzt der Frühling, vielleicht geht man nochmal wieder in den Freizeitpark. Ist natürlich jetzt nicht so kompatibel mit unserem Hobby hier. Aber Freizeitparks sind cool. Fahrt ein bisschen Achterbahn und spielt abends was Schönes. Alles klar. In dem Sinne, habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bleibt uns gewogen. Macht's gut. Tschö, tschö.